Moin! Heute wollen wir schon wieder ein Daily Kalender Puzzle lösen. Und zwar Dienstag, dem 25. Juni 2024. Wusstet ihr, dass an einem Dienstag wie heute vor etwa 146 Jahren das Telefon erfunden wurde? Also ich wusste es auch nicht, aber Claude wusste es. Zur Feier des Tages lösen wir ein Puzzle, das so verbindend ist wie ein gutes Gespräch. Ganz ohne Störgeräusche. Im Fall. Also, go go go! Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Also, dann lasst uns mal beginnen. Wir lösen also Dienstag, den 25. Juni. 2024. Ja. Das müsste jetzt etwas sein. Fangen wir gleich mal an. Im Moment ist alles ein bisschen weit weg. Ich muss da rüber. Dings, dingsen. Ah, Moment mal. Genau. Können wir das ja etwas so anschauen. Dann sehe ich das. In gross, zwar auf dem Kopf, aber das ist okay. Denke ich mir. Jo. Wir machen einfach diesen wunderschönen Standard, den wir nicht haben. Also, meine Haare sind im Weg. Ich glaube, ich muss die mal abschneiden. Kommt aber das nicht dran. Das ist recht blöd. Irgendwie ist alles ein bisschen gross. Also, weit weg. Muss wir dann da mal was anderes ausdingsen. Der kann ein bisschen weiter nach vorne sitzen, ne? Das würde vielleicht was bringen, ne? Wow, wow, wow. Und es geht wieder Zeitflöten, ne? Wir machen das einfach mal so. Die 25 bis da unten, gell. Wir haben Dienstag. Dienstag könnte man eigentlich mit dem da machen, gell. Dann haben wir den schon mal weg. Und dann, muss ich jetzt schauen, dass ich da gerade bin, ne? Wir können den zum Beispiel hier hinsetzen. Die 25 haben wir da unten. Das ist vielleicht schon ein bisschen blöd, ne? Ähm. Blöd. Wir können den hier hin machen. Dann könnte man den da hier hinsetzen. Dann kriegen wir die 26 schon mal nicht weg. Das ist gerade weg. Wir können den hier hinsetzen. Dann haben wir die 25 da. Und... Wir könnten den da runterziehen. Und was bringt uns das denn? Wir können den da hier in die Ecke rein machen. Jetzt machen wir auch öfters. Und... Den da zum Beispiel hier hinsetzen. Den da. So ungefähr. Das bringt er wahrscheinlich nicht zu... Doch, das bringt aber was. Wenn wir den da hinsetzen und den hier. Haben wir Dienstag, 25. Juni. Das ging recht gut, glaube ich. Ich habe alles aufgenommen, so wie es ausschaut. Der Sound tut. Was manchmal nicht so richtig funktioniert. Aber ja, das ist okay. Das kann man so leben lassen. Dann... Ja... Gestern habe ich es ja vergessen, gell? Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal. Liked das Video und klickt die Glocke. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Zum... Mittwoch, den 26. Juni. Schön, dass ihr mit dabei wart. Folgt meinen Kanal. Bitte, 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 bitte. Und bis morgen. Tschau zämen. Das war's. Das war's.